Hallo zusammen, hier ist wieder Otschiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assetland unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Überblick über die neuen Erfolge von Patch 8.1.5 bieten. Und dazu habe ich mir schon hier meinen Schar auf den PTR rüberkopiert und habe schon mal ein bisschen durchgeguckt, was wir so Neues erspielen können. So viel weh scheint ist es gar nicht, denn leider ist es beim Kopieren so, dass es nicht alle Chiefs übernimmt. Und sprich, nicht alle, die unerfüllt sind, sind auch neu an der Stelle. Ja, als Hinweis. So, als allererstes und erstes Achievement haben wir hier unter Quests Battle for Azeroth den Erfolg Jede Geschichte hat zwei Seiten. Das hatte ich ja auch schon in meiner Mount-Übersicht über den Patch mit drin, denn dafür gibt es auch zwei Reittiere. Und was müssen wir dafür machen? Wir müssen sowohl auf der Horden-Seite als auch auf der Ali-Seite einmal die Geschichtstränge von der War-Campaign aus 8.0 machen und dann auch die Geschichtstränge, das ist hier Woge der Rache, die in Patch 8.1 dazugekommen sind. Wenn ihr das mit beiden Fraktionen gemacht habt, was bei mir der Fall ist, kriegt ihr, sobald ihr einloggt beim Start des Patches, diesen Erfolg, was uns 20 Punkte und zwei Mounts bringt. Dann, das nächste, was wir haben, ist ein Achievement, das wir für eine World Quest bekommen. Und zwar Meister-Kalligraf heißt das und für dieses müssen wir eine Tortolana-World Quest namens Kalligrafie machen und dann Meister in drei verschiedenen Arten der Kalligrafie werden. Und zwar Kreis, Quadrat, Dreieck. Die müsste man sich nur angucken, werde ich aber dann wahrscheinlich ein Video zu machen, sobald die World Quest nach Patch-Release live ist. Das hier sind alles alte Achievements, die einfach nicht rüberkopiert wurden. Damit sind wir bei Quests auch schon durch an der Stelle. Für diese Magni-Quest-Reihe gab es kein eigenes Achievement, komischerweise. Zumindest jetzt auf dem PTR noch nicht. Die hatte ich ja schon gemacht, um die 10 mehr Item-Level auf den Hals zu kriegen. Habe ich ein Video oder wird noch ein Video kommen, je nachdem, wann ich es online stelle. Mal gucken. Vielleicht fügen sie da noch ein Achievement für ein. Kann ich euch empfehlen anzugucken. Ist ein bisschen Story dabei. So, das nächste, was wir gucken, ist dann schon Dungeon und Schlachtzüge. Und zwar vielleicht noch ein kleiner Einwurf. Bei Spieler gegen Spieler gibt es nichts Neues. Die Achievements aus, wo haben wir es denn? 1000 Winter. Es müsste jetzt hier irgendwo drin sein. Die bleiben nämlich komplett gleich. Jetzt finde ich es nicht. 1000 Winter hier. Ihr seht, die bleiben alle komplett gleich. Gut, das backt jetzt mit dem Mammut. Aber sonst, es sind keine neuen Erfolge. Wenn ihr die Achievements schon alle habt von 1000 Winter, braucht ihr das BG wegen Erfolgen nicht machen. Wenn ihr das aus Nostralgiegründen oder Ehrefarmen machen wollt, ist das dann eine andere Sache. Aber bei Achievements gibt es hier keine neuen Unterspieler gegen Spieler. Genau. Dann gehen wir weiter unter Dungeon und Schlachtzüge. Da gehen wir einmal runter auf Battle for Azeroth. Und wenn wir hier runter scrollen, dann haben wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Erfolge, die wir einmal in der neuen Raid Instance und zwar Tegel der Stürmer haben. Das, was wir ganz normal kennen, jeden Boss einmal töten, ist relativ selbsterklärend. Dann haben wir einmal den ersten Boss und den zweiten Boss im Mythisch legen und dann nochmal ein Achievement beim ersten und zweiten Boss. Dazu kann ich jetzt aber noch nicht sonderlich viel sagen, weil ich die Bosse auch noch nicht kenne. Da werde ich dann extra nochmal eingehen, sobald der Raid draußen ist und man die Bosse spielen kann beziehungsweise dann auch die Erfolge machen kann. Wird wahrscheinlich, wie man hier sieht, normal. Genau. Kann man dann wieder im normalen Modus beides machen. Gut. Soviel dazu. Dann schauen wir weiter und zwar unter Berufe. Und hier gibt es ein einziges neues Achievement. Und zwar heißt das das richtige Handwerkszeug. Und für dieses müssen wir eines von den Primärberufen hergestelltes End-Item uns holen. Und zwar kann mit dem Patch jeder Beruf einmal eine Questreihe machen und sich dann ein bestimmtes Item am Ende holen, wo wir bestimmte Bonis haben. Was war es beim Juve, habe ich gehört. Dann kann man Sockel anscheinend wieder rausmachen aus gesockelten Item und neu benutzen. Beim Schmied kannst du irgendwie ein Item kostenlos rappen und lauter so ein Zeug. Mit irgendeinem kannst du auch noch Mobs dazu rufen, die dir im Kampf helfen. Sind ganz praktische Sachen auf jeden Fall. Man muss aber eine relativ oder eine längere Questreihe am Ende abschließen. Und wenn man das mit einem Beruf gemacht hat, dann bekommt man quasi dieses Achievement. Wichtig vielleicht an derartigen, ich habe die Erfolge hier nachgezählt. Es gibt kein weiteres Achievement. Also sprich, es gibt nichts, wo du alle Berufe haben musst. Also, dass man mit jedem die End-Quest machen muss. Denn, um diese Quest zu bekommen, müsst ihr auf dem maximalen BFA-Skill, also 150 sein. Heißt, ihr müsst nur mit einem Max-Skill haben und nicht mit jedem BFA-Beruf. Wobei, da gab es ja schon andere Achievement. Also theoretisch, wenn man alles machen will, müsste man das eh. Genau, das soweit unter Beruf. Dann gehen wir weiter unter Ruf. Dort ist es so, dass es natürlich wieder zwei neue Achievements in dem Sinne gibt, dass man einmal die verbündeten Völker freischalten muss. Heißt Zandalari-Trolle-Kultiras-Menschen. Wie machen wir das? Ihr müsst Zandalari-Trolle oder Kultiras-Menschen, je nachdem, welche ihr macht, auf ehrfürchtig haben. Und dann bei Kultiras-Menschen komplett Kultiras das Meta-Achievement durchgequestet haben. Und bei Zandalari, dementsprechend das Zandalari-Pandor, also hier auf Zuldasa, komplett das Meta-Quest-Achievement haben. Und dann macht ihr ein kleines Szenario, kriegt ihr eine Quest, quasi wieder ein OG oder ein SW. Und wenn ihr das abgeschlossen habt, kriegt ihr das erste Achievement. Dann gibt es noch zwei weitere, und zwar wie es auch schon bei allen anderen ist. Man muss die einmal auf, hier haben wir Skull-Tirana, einmal auf 110 bringen. Gibt es dann nochmal zehn weitere Tiefenpunkte. Und selbe ist natürlich auch bei den Zandalari. Dann habe ich gesehen, gibt es neue Sachen bei den Weltereignissen. Und zwar hat Blizzard schon beim Sonnenwendfest was eingefügt. Und wenn wir jetzt mal gucken, gibt es nämlich dann einmal Flammen bei den, ja, quasi einmal in Zuldasa und Flammen in Kultiras. Und zwar muss man als Hordler quasi die Dinger löschen, auf dem feindlichen Kontinent und auf dem eigenen quasi eher in die Flammen. Und bei der Allianz ist es halt genau andersrum. Also quasi gibt es bei der Horde zwei Achievements, bei der Allianz zwei Achievements. Soweit dazu. Dann können wir weiterschauen. Und zwar haben wir dann noch die Kampfgilde. Und ihr seht schon, das sind alte Achievements, die weiter noch mit zählen. Und zwar, dass man hier das Gold holen muss oder so eine Prügelei gewinnen und solche Sachen. Das zählt weiter bei den alten Sachen. Aber wir müssen die Ränge quasi neu erspielen. Und zwar ist das erste Achievement, dass wir quasi einen Kampf gewinnen müssen. Dann gibt es ein Achievement für Rang 4 zu erreichen und wieder ein Achievement für Rang 8 zu erreichen. Quasi das ist dahinter versteckt einmal. Und dann haben wir nochmal ein zusätzliches Achievement hier, dass man diese Random Kämpfe quasi, also diese zufälligen Grubenkämpfe gewinnen muss. Und zwar wieder zehn Stück. Heißt, hier wenn wir gucken, ich habe vier von acht, das ist eins, gewinnen ist zwei, Rang vier werden ist drei und Rang acht ist quasi dann in dem Fall das vierte. Und dann haben wir insgesamt acht Achievements damit zusammen. Ja, das nächste was wir dann haben ist unter Haus, jetzt bin ich gerade überlegen, ist das unter Haustierkampf. Genau, dann unter Sammlungen und dann müsste es hier unten sein mit der Leine auf Schlachtzug Nummer 6 ist das dann. Und da müssen wir quasi in die MOP Dungeons rein und können dann hier wieder Pets sammeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Pets. Ja, und kriegen dann als Belohnung dementsprechend auch wieder ein Pet. Freuen, Belohnung, Freude. Okay, ja mal gucken, müssen wir schauen wie die Pets aussehen. Das werde ich dann aber vielleicht zeigen, wenn es live ist und ich mir das auch farmen werde. Genau, ja, das war es eigentlich schon mit Achievements. Ist eigentlich alles relativ leicht erreichbar. Denke ich mal, kann man sogar geschmeidig ein Wochenende machen. Gut, die Verbündeten Völker hochzulevenen wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Und der neue Raid kommt auch noch nicht am 13. raus, sondern der kommt, glaube ich, erst ein bisschen über einen Monat später raus. Was ich meine, am 17. April irgendwie sowas um den Dreh. Also einen knappen Monat oder ein bisschen mehr als einen Monat später kommt dann dementsprechend erst der Raid raus und dann kann man erst die Raid Achievements angehen. Mythic wird wahrscheinlich dementsprechend knackig werden, wie die zwei Achievements sind, die man normal machen kann. Weiß ich jetzt noch nicht, muss man sich dann dementsprechend erst angucken. Ja, das war es erstmal so an den Erfolgen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt mir das gerne in die Kommentare rein, dass wir da einen Gesamtüberblick haben. Und sonst, ja, hoffe ich, dass ich mit dem Video euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.